Hi! Hat mich jemand versteckt? Hinter einem Sony und noch einem Sony. Und warum die beiden hier zusammenstehen und vielleicht demnächst bei euch zusammen auf einer Abrechnung stehen oder in einer anderen Kombination, möchte ich euch jetzt gerne mal sagen. Also, wir starten ab sofort eine Aktion. Ihr könnt einen VPL XW 5000 in schwarz oder in weiß, profikalibriert, mit fünf Jahren Garantie für 4.999 Euro bekommen. Oder vielleicht sogar noch günstiger. Wie läuft das Ganze ab? Jeder Projektor, egal ob funktionierend oder nicht, bei dem ich eine klar erkennbare Seriennummer noch habe und wo das Gehäuse, sage ich mal, noch eins ist, der nicht in fünf Stücken kommt oder so. Für den geben wir euch 1.000 Euro in Zahlungnahme beim Kauf eines XW 5000. Habt ihr einen Projektor, der noch mehr wert ist, dann prüfen wir das gerne nochmal im Einzelfall. Dann ist das aber auch möglich. Da würden wir dort die 1.000 Euro quasi über den normalen Wert noch on top mit drauflegen. Genau, ich habe eine Pause gemacht, um das mal sacken zu lassen. XW 5000, schwarz oder weiß, fünf Jahre Garantie, profikalibriert, 1.000 Euro Rabatt, selbst wenn er uns einen kaputten Projektor gibt. Würde ich sagen, ist eine ziemlich starke Aktion. Geht jetzt los. Schlagt zu, kommt vorbei, schaut euch den Projektor auch gerne vorher an. Wir haben den bei uns in der Demo. Ist gar kein Thema. Wir können den auch gegen andere Modelle uns anschauen. Und dann würde ich sagen, geht's los. Wir sehen uns. Bis demnächst. Wir sehen uns.